Moin, moin, Sportfreunde! Wir sind gerade auf dem Weg in den Skatepark und da werde ich euch heute mal probieren zu zeigen, was man vielleicht auch als Anfänger mit dem Skateboard für erste Tricks so landen kann. Also, viel Spaß! Woh-ho-ho-ho! So Leute, ihr habt gesehen, Scooter fahren liegt mir wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber es macht auf jeden Fall riesig Spaß und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, geht bei uns auf die Seite www.fun4u-sport.de, da gibt es alles Skateboards online. Bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal!